gut leute willkommen zurück zu wwe 2k15 zu meine karriere und wir machen einfach mal weiter gut ich darf mir außen gegen mich antreten will Bray Wyatt oder Rusev Prozent ich mach's einfach so und stopp gehen wir drüber an ach Rusev ja ein Matsch kann mir mal kümmert mir Zuschauer weniger Geld aber dann ist es halt so mal gespannt ob der Schild mitmacht das werden wir sehen ob der Schild uns fertig macht oder uns in Ruhe lässt das werden wir sehen so und obwohl ich glaube ich lieber mich für Bray Wyatt entschieden Rusev naja gegen ihn bin ich schon so oft angetreten ich muss mal ein bisschen gegen eure Gegner ran treten wir wirklich mal versuchen können alle Gegner zu besiegen auch gegen allein getreten zu haben obwohl gegen Rusev haben wir eigentlich noch eine offene Rechnung wegen dieser Eindersquasherei die bei Superstars passiert und dafür squashen wir ihn jetzt hier bei SmackDown was natürlich bedeutsamer ist weil SmackDown halt eine größere Show ist als Superstars natürlich und auch ich glaube NXT auch ne äh Quatsch ne äh Quatsch ich meine äh äh natürlich größer als NXT auch wenn ich sagen muss dass die Shows bei NXT sehr viel besser sind als bei äh SmackDown also guck und oh ja dann dann zeigen wir halt den DDT wenn du halt nicht nicht an dir ran lässt mach mit halt so und dann halt ein kleiner Moon Souls so und noch einer so und dritte und oh scheiße Rusev oh nein oh scheiße und oh was für ein Slam so gut und Dignity direkt den Dignity gezeigt sehr schnell ausgeführt und an die Hand wir gehen an die Hand wow what a Moon Souls und noch einer und one more time nein leider nicht und noch einer Dignity wir legen hier richtig los gegen Rusev und nein ist schon wieder der gleiche im Hof und wir sind zu spät scheiße das ist nicht so gut so komm schon so und und oh scheiße jawoll und Close Line was für ein Close Line und noch einer ein Moonsault und noch ein paar Schläge und wir müssen jetzt endlich den Signature haben ja und Chokeslam und war es das vielleicht schon 1 2 3 no Rusev kickt aus so und nein oh doch der geht ich hab grad gedacht er geht nicht durch so und Pin 1 1 2 3 Rusev ist gesquasht und damit haben wir uns wieder mal Rache genommen an Rusev dafür dass uns damals mal gesquasht hat so so gut ja es war ganz ok bin mal gespannt passiert noch was ne diesmal kommen wir ungeschont davon ja das war ganz gut die Leistung damit können wir gut leben ja ich hoffe mal sehen wie es weitergeht ob der Schild nochmal kommt oder der Schild uns komplett in Ruhe lässt das ist ja noch die ganz interessante Frage die sich hier stellt sehr gut ok jo passt ne äh ja die Nachricht sagt mir nix oh ich darf ja wieder Pay Per Views auswählen äh ah ich krieg ah ok aha wo machen wir denn mit wir machen mal bei Extreme Rules mit machen wir mal Night of Champions mit und bei TLC machen wir mal richtig harten Pay Per Views äh jo wir gehen jetzt mal ein bisschen stärker auf die TP ein ne ok hier gehen wir auf die Faults ein ja scheiße dass man nur 3 Taper Views teilnehmen kann aber gut was wirst du machen ne ich bin gespür wie das als Champ ist aber Wrestlemania ist auf jeden Fall unser Main Series also das müssen wir bald erreichen Wrestlemania Main Event wartet mal wer im Social Media Bereich wieder dabei ist es gibt einen Grund warum ich wieder dabei bin dann werdet ihr alle früher und später rausbringen sagen wir einfach es hat mit BePointed zu tun ok wir sind schon beim dritten Jahr seht ihr schon äh ja auch nicht schlecht äh ja gut machen wir einfach mal weiter ja wir sind schon ganz nah bei Raw aber wuuu wuuu es ist toll wie der Nivee zurück zu sein ich habe in letzter Zeit viel über diesen BePointe gehört wenn er wirklich so ein Star ist hat er sicher nichts gegen ein spezielles Match das ich für ihn plane wuuu ooo was ist das für ein Match wie Pointe und Siegler gegen Stonecoach Steve Austin und The Rock ist das awesome ist das Austin das ist ja so ziemlich unser größtes Match was wir je bestreiten muss man ehrlich sagen weil so große Namen bist du bisher noch nie angetreten vor allem noch nicht so deutsche Namen also Drug Austin sind natürlich größere Namen als ein Rusev und so weiter die wir bisher angetreten haben B-Pointe da kommt Dorf Ziggler lass mich noch ein bisschen reinkommen ja Dorf Ziggler da sieht man ihn er freut sich er freut sich und ihre Opponenten von Miami Flora 20 165 lb Dorf ja Dorf ist auch in WWE 2K15 dabei und das freut mich natürlich enorm da ich ja Dorf mag also zumindest ist er eine Legende ich fand ihn einfach damals geil ich fand es so als ein Hollywood Gimmick okay es war für viele geil es hat Mayer den Geschmack nicht getroffen muss ich sagen aber war natürlich kam auch gut an das Hollywood Gimmick ja Dorf Ziggler ich freue mich immer ihn zu sehen ich hoffe aber nur dass er nicht mehr wrestelt also weil er halt nicht ein Ringe für Performer wenn er ein WrestleMania Match bekommt ja sage ich nichts weil er hat viel einfach beigetragen dafür dass die WWE heutzutage noch existiert deswegen hat er sich ein Match verdient und er natürlich genauso und ich liebe ihn von Anfang an die ganze Zeit da ist natürlich Stone Cold Steve Austin eine Legende einer der größten Namen im WWE Geschäft ich würde sagen für mich sind es vier Namen die groß sind einmal Hulk Hogan Stone Cold Steve Austin John Cena und der Undertaker und vielleicht noch Rey Mysterio das sind so für mich persönlich so die fünf größten Namen die jeder kennt und doch The Rock natürlich The Rock kennt ja auch noch jeder also das sind so die sechs größten Namen die eigentlich jeder kennt würde ich sagen persönlich ja wer jetzt der ganz größte ist ist es jeder zu beurteilen für mich der Undertaker aber naja jeder hat seine Meinung und oh ja ich bin ein bisschen nervös und da erste Aktion gegen DINITY gegen Dolph äh Dolph Ziggler gegen The Rock und ich lass Dolph Ziggler ran und ja schöner Close Line schöner Close Line voll Dolph Ziggler so gut so ach scheiße oh je gut und und ein Suplex gegen The Rock müssen wir zeigen damit wir Dolph Ziggler ein bisschen helfen aber weiß ich da so und come on so gut come on so so komm 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 nein ich will ich will einfach nur ein Tag hallo so und was ich jetzt da machen wollte ist lass ich mal unkommentiert auf jeden Fall legt hier Dolph Ziggler richtig los so so come on jawoll und jetzt B-Pointe Stone Cold Steve Austin what a collision und ein Big Boot und Stone Cold ist erstmal out of business und nein die Sonne die Sonne war B ich sag lieber nicht bevor ich irgendwelche Probleme kriege der toughest SOB in the history of WWE durch was der alles ausgehalten hat das ist echt ein harter Kerl zum Beispiel mit Nagenbruch trotzdem weiter kämpfen also das ist ein Kerl also Stone Cold eine eine Legende zu Recht eine Legende und ja freut mich auch und das ist nicht den Podcast den hab ich mir so gerne angehört muss ich ehrlich sagen und Stone Cold mit dem Clothesline aber der hat nichts gebracht und Powerslab so und gut come on Alter was machst du da so und Tag und jawoll perfekt Stone Cold wird fertig gemacht und Schläge 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 gut und jawoll Perfekt ohje Stone Cold ist schonmal orange und jetzt come on und und jawoll schön verhindert dafür muss man einiges opfern aber oh nein 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 so jawoll ziehen wir in die Mitte und schöner move so zu uns in die Ecke ziehen klar ist logisch und natürlich weiter verprügeln ist ja wohl klar oh jetzt ist der rot das ist sehr sehr gut und jawoll und ja perfekt und suplex ohja so und jetzt kommt der Ansatz zum Chokeslam ja 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 Chokeslam und er geht durch und Pin direkt 1 2 nein oh das war knapp oh war das knapp und jetzt ein tombstone so und jawoll nein 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 1 2 3 das war's jawoll geil wir haben es geschafft jawoll wir haben den Sieg auch geholt geil so macht man's Chokeslam dann der Pin schnell und der Rock kam in den letzten Moment sieht man hier so wie knapp das war und dann der tombstone und tombstone und Stone Cold wollte sich befreien aber nein er hat einfach keine Kraft mehr und wir haben Stone Cold gepinnt Stone Cold Steve Austin haben wir gepinnt ganz entscheidend Spina und Dolph Ziggler was ein unglaublicher Match das könnte auf jeden Fall gehen niemand hat nichts zu schulden in diesem ja war eine gute Leistung damit können wir beide zufrieden sein sowohl Dolph als auch wir und ja damit gehen wir auch weiter cool ey dass wir echt mal ein Tag Team Match machen konnten das freut mich enorm ja guck mal wie viel wir jetzt gekriegt haben was es noch für ein Match war ich würde sagen 3 Sterne Match mindestens oh 3,5 Sterne Match auch nicht schlecht auch nicht schlecht wow du bist wirklich einer der besten Superstars in der BW aber es gibt Superstars und es gibt Legenden es liegt noch ein langer Weg vor dir bevor du eine Legende wie ich bist mach einfach so weit wie bisher ich habe nächste Woche eine neue Herausforderung für dich okay wir verbessern uns wir hatten noch ein bisschen was auf aber ansonsten haha seid gespannt ich mach dich fertig Mensch was ähm nein warum bin ich wieder im Performance Center da will ich ja gar nicht hin gut machen wir schnell hinter uns ja da sind wir im Dorf ne Bray Wyatt dann dann close sein ging Bray Wyatt ne das will ich nicht machen ist mir jetzt auch egal komm weg da ja 180 Talentpunkte ist auch nicht schlecht für nichts zu und kriegt man Geld das ist oder TP äh jo kann man theoretisch die ganze Zeit machen ich würde es eigentlich nicht machen ist mir jetzt wieder versehentlich passiert äh jawoll Kopfzähligkeit haben wir erhöht so jetzt müssen wir noch diese beiden Zähigkeiten ausüben und danach können wir uns mal hier ein bisschen steigern ja gut dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei WWE 2K15 oder beziehungsweise im Moment wir kaufen noch was dann haben wir das auch noch drin und zwar den Catching Finisher kaufen wir uns und verwenden natürlich auch dann sind wir noch besser geschützt und haben es noch besser ja ja ich möchte sofort fahren oder ist das drin ne ist nicht drin hab ich gesehen so und so und kaufen perfekt gut dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dann und ciao wir machen und wir sehen uns in der nächsten Folge